Jetzt geht's los, ich steh'n alle auf einem Platz. Sehr schön. Ja, die waren auch hart. War das jetzt alle? War das jetzt einer oder drei? Der Hinterfürcht schaut so, hä? Ich hab' ja gar nicht draufgeschlagen. Hat er echt nicht. Wieso sind die tot? Ich hab' schon wieder eine Schriftrolle der Verwundbarkeit gekriegt. Das versteh' ich nicht. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich frage mich, wie viele Level-Ups ich noch grob ausgeben bis zum Ende, weil je nachdem muss ich meine Skillplanung natürlich jetzt komplett überdenken. Weil ich gehe das ja strategisch an. Es klickt so einfach und ich hab's immer Items. Bei euch ist ja egal, was ihr habt. Ich muss ja da klug wählen. Klug denn 150 Level verteilen? Die Heilwelle ist schon ganz schön gut. Gute pro Level 100 Leben mehr als Heilung. Das ist ja... Das ist ja unfassbar. Ich glaub, der wird... Die nächsten drei Punkte haue ich in das rein. Toll, jetzt hast du alle gehalten. Ah, da ist ein Unique-Item, oder? Ne. Schade. Seien nur so aus. Schade. Der hat nur so Gift-Hände. Der sah aus, das hätte irgendeine geile Gift-Waffe. Ah, mein Golem braucht Heilung. Siehst du, wie immens er ist? Er blockt eine Horde von Gegnern. Kann ich auch. Aber ich glaub gegen irgendeinen gewissen Schaden ist halt sehr... ...sehr anfällig. Ja, Kälte wahrscheinlich. Kälte wahrscheinlich, oder? Kostnick, genau. Also Feuer vermut' ja mal nicht, weil es ja ein Erde-Element stimmt. Kälte wahrscheinlich. Kälte würde Sinn machen. Boah, es ist einfach so übertrieben, wieviel Horden da sind. Echt. Krass. Aber diese schöne Erfahrung. Und die Energieentzugs-Sachen da, die ich auch so hasse. Was hast du? Diese Energieentzugs, ähm... Ah ja, die locken nicht mehr für die Geise. Obwohl die optisch schon wieder toll ausschauen. Hat noch irgendwer Energietränke? Ja, natürlich. Jetzt will ich darauf zurückgreifen. Schau, da kriegst du zwei. Boah. Schau. Kriegst du nicht. Da kriegst du zwei von mir. Okay, danke. Okay, äh... Wollen wir die Nebenqueste machen? Natürlich, wir wollen jede Nebenquest machen. Wir wollten einen 100% Run hinlegen. Und da lieg' irgendwo grad. Nein. Bist du verrückt? Nein. Wie ist denn das passiert? Vermutlich, weil du dich aus der heilenden Gruppe entfernt hast, gell? Ja, mich halt eh nie, also... Wo seid ihr? Ja, ich kann das nicht wirklich steuern, wo das hinbounce. Ja, das bounced um mich rum. Und jetzt vor dem nächsten Endkampf, jetzt geht's aber los. Wo ist er? Wo ist er der Außenseiter? Jaaaa. Jaaaa. Wollen wir jetzt hassen, oder was? Jaaaa. Schön. Bin ich gespannt, wenn der nächste Boss würde da untergehen wie nix. Kommt da nicht eigentlich schon beim Eingang von dem Gerichtsturm? Das ist noch nicht der Gerichtsturm. Ja, ja, ich weiß so, das ist jetzt die Nebenquest-Höhle. Aber dann... Diese Keres verstehe ich auch nicht. Haben die irgendeine geschichtliche Bewandtnis? Nein. Das sind vielleicht irgendwelche Dämonen, oder... Ich glaub, das sind wie die Trokodilüten. Ich glaub, das sind die Refurbished Gegner in Titan-Quest Act 5. Die was? Die Refurbished... Also die, die irgendwie immer vorkommen. Wie machen wir Portal? Was hat man schon eigentlich bei Keres? Ich bräuchte echt ein Portal. Ja, ihr habt uns gemacht. Gut. Ich auch. Drei Meter weiter. Nein. Oh. Oha, ist der Jonger, wenn ihr wollt was trinken. Ich verdurste hier. Bei mir hängen jetzt dauernd so Animationen von dem Leichenkönig in der Luft. So wie bei dir von meinem Altraum. Ja, genau. Was macht der Leicht für Animationen? Ich hab dir noch nie zugeschaut eigentlich. Du achtest schon überhaupt nicht auf die Details dieses Spiels, gell? Die grafisch... So, jetzt kannst du deine Außenseite gleich wieder tun. Ah, das sind ja nur Knochenteufel. Na gut. Schau, da ist schon wieder ein Grab. Bist du grad wieder verrecht? Michi... Was ist denn da los mit dir? Schwächelst du etwa? Wie kann man dir helfen? Kann man dir helfen? Jetzt geht's los, ich stehe alle auf einem Platz. Sehr schön. Ja, die war nah hart. Und das jetzt alle? War das jetzt auch noch eine oder drei? Der Eaterfürst schaut so, hä? Ich hab ja gar nicht drauf geschlagen. Wieso sind die tot? Ich hab schon wieder eine Schriftrolle der Verwundbarkeit gekriegt. Das verstehe ich nicht. Boah. Boah, ich hab eine Rüstung, die was 355 Stärke brach. 120 Verteidigungen. Das ist schon wieder weg. Der Eaterfürst. Ja, her, her damit. Ah. Her damit, schau, da ist sie. Sieh da, schau an. Wie lange sie jetzt herumgepurzelt ist, bevor der Name aufgedacht ist. Okay. Um sie ja spannend zu machen. Das ist voll ausgebildet. Was grünes. Ha. Ich brauch euch nimmer. Ihr seid drin, oder? Ich solo jetzt mal den Turm. Okay. Der Turm. Los, meine Wölfe. Wo war der Turm oben? Unten. Ja. Ja. Oh, da waren wohl nicht Gegner. Bogenschützen. Oh Gott, das sind echt viele Gegner. Eigentlich irgendwie die Schriftrollen, die gehen schon ein bisschen unter in dem Spiel. Die sind zwar nett, dass die irgendwie da sind. Aber irgendwie benutzen tut man die jetzt nicht wirklich. Können wir vor. Das ist so ausrüsten. Das ist prinzipiell irgendwie immer so der Nachteil von so Verbrauchsgegenständen, die irgendwann weg sind. Die will man eigentlich nie nutzen. Wir irgendwann sind sie einfach weg. Wenn das irgendwie so ein permanenter Bonus war oder so eine permanente Ability, die man irgendwie haben könnte. So bei Diablo war es ganz gut eingebaut. Diese ganzen Schriftrollen. Weil da hast du ja dann den Horror Dream Würfel gehabt und da hast du was Besseres daraus machen können. Mhm. Zumindest aus diesen ganzen Runen und sowas. Genau, ja. Oh Gott, das kommt. Ach Diablo, das muss ich auch bald wieder spielen. Was kommt denn da wieder für Gebiet? Oh krass, das ist 20 nach 18 Grad. Ups. Wollte eigentlich um halb neune beim Kollegen sein. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Moment. Er verdient eine SMS. Dass ich ein bisschen später komme. Er verdient eine SMS. Okay. Er passt. Ähm. Na, gehen wir nur weiter. Überredet. Ich sag bis zum nächsten Wegpunkt, du war echt immer okay. Machst du mir ein Portal? Die ganzen Gebiete, die wir die hinter mir lassen. Portal steht. Meins war er, du? Ah, da nehm ich den Michi 2.0, sein Portal. Schau, wie schön das da schon wieder ist. Wie der Knochen ist. Ach, Gerippe, die war so ein Kreisformen. Wahnsinn. Wahnsinn, das gibt es nur in diesem Spiel. Und die Viecher, die heißen Odotot Tyrannus. Mhm. Ist auch nichts anderes eingefallen. Ich hab noch nie gelesen, wie die heißen. Nur sobald ich draufklick, sind die schon da und... Hast du die Dinosaurier da? Ja. Ja, die Tyrannus. Wirst du Odon Tyrannus? Für mich sind es die Dinosaurier. Tiefenhöhen oder Grufteingang? Die fetten Dinosaurier. Ich hab kein Plan, wo wir hin müssen. Ah. Ich glaub nach rechts. Hat deine gerote Linie etwas versagt? Das ist blau und geht nach zwei Seiten. Also ich glaub da ist immer richtig. Schau da sein Seelen. Seelen ist immer gut. Schau da hinten in den Hintergrund. Ist das nicht wieder geil? Das ist echt geil. Wie in diesen Turm Seelen reingezogen werden und so eine Brücke da rüber. Ihr seid ja schon gar nicht mehr da. Ihr seid ja gar nicht mehr da. Ich besieg schon mal den Boss. Komm her, lauf nicht weg. Schau her, das Hell, den eliminieren wir da jetzt. Gib mir tolle gelbe Items. Juuu. Seien wir jetzt in diesem Leckturm drinnen. Na, die Hallen der Furcht sind das. Oh Gott. Vor dem Leckturm kommt ja noch der Zyphon. Kommt der jetzt da dann? Oder dauert der noch? Das ist der nächste Boss. Wow, das ganze Gift. Nö, nö, nö. Nö, 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 der kommt doch erst nach Elysium. Zwei Heiknwellen? Der bewacht, der bewacht den Altar genau. Ja das ist der Hund, der die bewacht. Ja der Hund kommt nach, am Ende von Zerborus. Ja. Man nennt die nach Zerborus. Zerborus genau. Der Hund. Da war's die. Der Hund kommt doch am Ende von den Ebenen des Gerichts, oder? Ja, genau. Ist das nicht der Turm, von dem ihr da die ganze Zeit redet? Und der Typhoon kommt das später? Nein, der kommt vorher. Ach, liegt doch nicht. Nach dem Serverus kommt ja nur noch der Hades. Und der Typhoon. Und der Typhoon. So, jetzt machen wir Wette. Jetzt wettet man das nächste blaue Item. Okay. Das geht dann an einen Simon. Wenn der Michi verliert, und ansonsten geht es an einen Simon. Auch wenn es ein Krieger-Item ist, wenn er nichts bringt. Wenn er es niemals tragen wird können, wohl mit deinen gelben Ringen kann das sicherlich. Komme ich sicher auf 200 Stärke. Schreckens. Oh. Der Pfarrer des Schreckens. Könnte da nicht etwa Typhoon lauern? Nein, 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 bitte. Der Gehirnfüßler da her, der hast du ja auch so dermaßen. Das erinnert mich so an Seven Kingdoms, wenn ihr das gespielt habt. Nein, keine nicht. Wird es auch solche Typen geben. So Aliens. So Aliens. Nein, mehr Abbau als Abbau. Da geht es echt brutal ab. Ich habe das ja mal Let's Play'd und ich habe es so auf den Sack bekommen. Also, random verdienen gemacht. Es ist echt irre, wie schnell die Gegner halt so... Also hat es keine Story oder sowas gespielt, oder wie? Nein. Nein, es gibt halt einfach Völker, es gibt total viele verschiedene. Also es gibt, äh... Seven Kingdoms? Wikinger, genau. Wikinger und, ähm... Japaner und keine Ahnung was noch. Deutsche und, und... Schweden und so weiter. Deutsche. Und jeder hat halt eine eigene Fähigkeit. Einen eigenen Gott, die sich quasi beschwören können. Die hat eher eigene... Zaubermacht und eigene Einheiten und so. Schaut alles halt anders aus. Die ganzen Karten und so... Also Karten, sag ich, die ganzen Gebäude. Ja. Und dann gibt es auch so Aliens. Eben diese, diese Gehirn-Aliens. Und... So goldene Aliens, die finde ich super episch. Goldene Skelett-Aliens. Und, ähm... Die haben halt auch wieder so eigene Gebäude. Und du kannst, musst da dann irgendwann, oder unterjochst dann irgendwann mal, andere Zivilisationen. Und nimmst dann auch deren Outfit an. Das heißt, du laufst dann rum mit Japanern und hast dann auch diese Gehirn-Aliens dabei und so weiter. Und jeder kann halt eigene Fähigkeiten. Also am Anfang bist du quasi eine Rasse und irgendwann nach... Nach einer halben Stunde oder so... Du bist komplett verschmolzen mit anderen Einheiten. Und musst halt dann auch schauen, dass du, ähm... So, so, so Bewohner hast in deinen, in deinen Städten. Und da sind halt dann auch Ägypter und Perser und Japaner und alles quer durchgemischt. Schon ganz lustig. Das ist so auch mit Aufbau, oder? Und Armee zusammenstellen und dann einfach angreifen, oder wie? Ja, genau. Aber oft kommt man gar nicht so zum Aufbauen, wenn man so instant am Sack kriegt. Das ist echt übel. Nichts verkauft haben. Ja, Jungens, wir wären jetzt beim nächsten Weg, Punkt. Das heißt, einer geht noch? Okay. Das heißt, na, für mich ist es jetzt der Abschied. Also, der Endpost geht noch, okay. Brauche ich eigentlich Gronkhs Entschuldigung, oder kann die Schriftrolle weghauen? Ich kann's weg. Das klingt so blöd, wenn man weiß, dass es so ein Let's Player gibt. Die haben doch ein H da drin vergessen, oder? Was haben wir vergessen? Ein H. Ein H in der Suppe. H im Gronkh. Genau. Ob sich der benannt hat, nach dem Viech? Ich wüsste ehrlich so gar nicht nach, was sich der benannt hat. Aber ich vermute's nicht. Doch, bestimmt hat er das gemacht. Tidy Quest, der Wegbereiter des erfolgreichsten YouTubers. Das ist auch so schön. Also, das gefallen wir da auch ganz gut. So, der Pfad, der da nach hinten führt. Wisst du dem schönen Turm, den wir bestimmt noch machen wollen? Ich sag ja, da ist einfach göttlich, da der Pfad. Na, passt. Ich geh raus. Also, ihr könnt's entweder jetzt liefen, schon schaut's euch halt raus. Nett. Und Papa. Zehn. Neun. Wir neu. Okay. Hey.